Schatz, was kaufst du da alles? Meine Freundin hat mir gerade gesagt, dass sie vielleicht ihr Baby heute kriegt und sie braucht unbedingt noch ein paar Wochenbettprodukte. Was ist denn das? Eine Po-Intim-Dusche? Po-Dusche, ja, das ist das Allerwichtigste im Wochenbett, Schatz. Solltest du doch wissen, ich habe auch schon ein Kind bekommen. Es gibt Dinge, die will ich einfach nicht wissen. Ich brauche noch ein paar Sachen.